Hey ihr Lieben, bestimmt kennt ihr das, man putzt sich abends die Zähne, legt sich schlafen und dann wacht man am nächsten Tag auf und hat trotzdem totalen Mundgeruch. Ich kann euch aber sagen, Mundgeruch hat jeder mal, das ist vollkommen normal. Wie Mundgeruch entsteht, was man dagegen tun kann und dass Mundgeruch manchmal auch ein Anzeichen für eine ernste Erkrankung sein kann, darum geht es heute in diesem Video. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, die Verdauung beginnt im Mund. Genau das ist ein entscheidender Faktor, warum wir Menschen Mundgeruch haben. Im Mund leben unzählige Bakterien. Wenn zwischen den Zähnen oder im Mund auch nur kleinste Essensrückstände sind, arbeiten die Bakterien auf Hochtouren. Beim Aufspalten der Nahrung entstehen schlecht riechende Stoffwechselprodukte und Gase. Genau diese Gase sind es, was wir oder unsere Mitmenschen als Mundgeruch wahrnehmen. Sehr viele von uns haben vor allem morgens nach dem Aufwachen Mundgeruch. Das liegt daran, dass wir im Schlaf einen geringen Speichelfluss haben. Das fördert, dass sich Belag auf der Zunge und den Zähnen bildet und das riecht eben morgens unangenehm. Neben Nahrungsresten im Mund und geringem Speichelfluss gibt es noch eine Reihe anderer Faktoren, die Mundgeruch begünstigen. Zum Beispiel Rauchen, bestimmte Medikamente, Alkohol oder Kaffee und Lebensmittel, die einen starken Geruch haben, sowas wie Knoblauch oder Zwiebeln. Auch Fasten oder Mangelernährung kann Mundgeruch verursachen. Oft bemerken unsere Mitmenschen Mundgeruch eher als wir selbst. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr Mundgeruch habt, fragt also am besten jemanden, der euch nahe steht und bittet ihn um eine ehrliche Antwort. Beim Mundgeruch gibt es zum Glück eine Reihe von Dingen, die ihr dagegen tun könnt. Besonders wichtig ist regelmäßiges, gründliches Zähneputzen. Dabei ist es wichtig, auch Zahnseide zu benutzen, denn nur so könnt ihr Essensreste zwischen den Zähnen effektiv entfernen. Außerdem könnt ihr zusätzlich einmal am Tag die Zunge mit einer Zungenbürste reinigen. Das Gurgeln mit Mundwasser nach dem abendlichen Zähneputzen kann zusätzlich helfen. In sehr vielen Fällen kriegt man Mundgeruch so in den Griff. Zusätzlich kann es helfen, seine Lebensgewohnheiten etwas zu ändern. Also auf Alkohol zu verzichten, überriechende Lebensmittel zu reduzieren, den Kaffee zu reduzieren oder vor einer Verabredung mal auf die extra Portion Knoblauch zu verzichten. Auch zuckerfreie Kaugummis können helfen, besser aus dem Mund zu riechen. Morgens hilft gegen den Mundgeruch auch schnell ein Glas Wasser. Das regt den Speichelfluss an und hilft gegen üblen Geruch. Wenn bei euch aber all das nicht weiterhilft, geht bitte zum Zahnarzt oder Zahnärztin und lasst euch checken. Es könnte nämlich sein, dass Zahnsteigen, Karies oder Zahnfleischentzündungen der Auslöser für Mundgeruch sind. Bei Patienten mit Zahnersatz kann auch eine defekte oder verschmutzte Zahnprothese Mundgeruch verursachen. Der Zahnarzt untersucht Zähne, Zahnfleisch und Mundraum auf mögliche Erkrankungen und kann so feststellen, ob dort eine Ursache dafür liegt, dass ihr häufiger Mundgeruch habt. Gesetzlich Versicherte können halbjährlich zu zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen gehen und jährlich eine Zahnsteinentfernung durchführen lassen. In seltenen Fällen kann hinter Mundgeruch auch eine ernsthafte Erkrankung stecken. Dazu gehören unter anderem Erkrankungen im Nasen-Rachen-Raum, im Verdauungstrakt, aber auch chronische Atemwegserkrankungen, Leber- und Nierenerkrankungen und Diabetes. Wenn also alle Tipps nicht helfen und auch euer Zahnarzt bzw. Zahnärztin nicht helfen kann, ergibt es definitiv Sinn, den Hausarzt oder die Hausärztin aufzusuchen und das Ganze mit ihm oder ihr zu besprechen. Das geht ebenso, wenn ihr plötzlich ohne nachvollziehbaren Grund Mundgeruch bekommt oder wenn ihr neben dem Mundgeruch noch andere Symptome, z.B. Schmerzen oder Atembeschwerden haben solltet. Was mich aber mal interessieren würde, was habt ihr für Tipps, die gegen Mundgeruch helfen? Schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Felix.